Noch drei Meter und dann lasse ich mich erst mal stehen. Ich habe ein paar unerwünschte Elemente aufgetrieben. Ich möchte erstmal die Lehrer auf der Bühne haben. Die Haus des Lehrers sind aus ihrem Haus getrieben und sollst du da rein? Ich habe keine Ahnung. Aber auf dem Schiff passen noch viel mehr unerwünschte Elemente. Und zwar, wo ist der Peter vom Eimer? Peter Rampazzo. Das Eimer steht vor dem Schluss. Es ist aus mit dem Eimer. Wir haben einen Vertreter vom Daily. Ein Club, die nächstes Jahr vielleicht noch geben wird. Der Vertreter vom Daily. Da kommt er. Wir haben jetzt den Fachparade. Fachparade war genehmigt, ist jetzt nicht mehr genehmigt worden. Ich denke, das ist hier schade, weil da gibt es gute Musik. Das ist schon mal wichtig. Aber trotzdem, das ist jetzt das Geschenk für Berlin, Berlin, Mitter und Berlin. Und ich würde sagen, viel Spaß damit. Ich werde jetzt mal versuchen nach New York zu telefonieren, weil wir ja hier jetzt eine Research machen. Also wir versuchen jetzt schon mal vorzubereiten die Performance von Ipe, die er halt in Tokio auch gemacht hat und in Berlin gemacht hat, um jetzt mal schon in New York zu sehen, wie da die Situation ist, wie die politische Situation ist, weil Giuliani ja auch sehr lange schon rediert hat. Und man muss gehen, Schnell, und die Zeit, und wir können so ein Wort Und wir müssen sehen, dass wir es nicht mehr so gut Wenn du wählst, dass du eine der größten Arterien wählst, aber ich habe gesagt, dass mein Bruder früher, ich beteide auf den NYPD, und ich habe dir nicht 4 Minuten gefordert. Du wählst einen Platz, in der Midtown Manhattan, wie 34th Street und 6th Avenue. Ja. Ich denke wirklich, dass es sehr unterschiedlich ist für Tokio und sehr unterschiedlich aus Berlin. Und während es gibt politische Demonstrationen, hier sind sie nicht. Ihr habt einen sehr kurzen, sehr dramatischen Event, aber ich würde auf den Kopf kommen, um dich aus fünf Minuten zu bekommen. Really? Ja, die NYPD, Giuliani hat es gearbeitet, lange Zeit. Was denkst du, welche Intersection wäre schön, um die Bruder zu machen? Für Broadway, ja? Ja. Ja, du sagst, dass es Times Square nicht in den richtigen Ort ist, aber irgendwo along Times Square, along Broadway, wo es viel viel traffic ist, ich würde auf ein paar Zeit, um die Nachrichten zu machen. Wir wollen nicht auf Times Square machen. Und was du denkst, an welcher Zeit, wenn es die Röschung ist? 5 Uhr. Was du denkst, wie schnell die Polizei kann in den Platz werden? Well, sie werden da direkt weg, für sicher. Wie lange kann sie weitergehen? Ja. Wie viele Leute haben wir? Der wievielte ist das jetzt? 70. 75. Genau. Und wie viele musst du noch? 325. Und was ist deine Mission heute Abend? Meine Mission heute Abend ist, dass alle glücklich sind. Ich bin ein street-performer, wie man macht clown-nummer auf der Straße. Und ich möchte wissen, ob es möglich ist, dass ich es in New York machen kann. Es ist möglich. Du kannst es hier machen, du kannst es irgendwo machen. Ja. Das ist möglich. Du kannst es hier machen. Ja. Ja. Ich habe erstmal einen Satz und ich bitte es zu bedenken, Innenarchitekten wollen es auch nur schön haben. Wenn ihr ein Stück davon isst, dann geht es euch weiter, dann macht ihr Mut, Mut zur Axionismus. Demo ist in der Mitte von Berlin. Dann geht es euch weiter, dann geht es euch weiter, dann geht es euch weiter. Dann geht es euch weiter, dann geht es euch weiter, dann geht es euch weiter. Dann geht es euch weiter, 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 dann geht es euch weiter. Bis zum nächsten Mal.